Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit euren wunderschönen Vorschlägen. Heute reagieren wir auf Pepper nimmt George. Wenn ich schon den Titel lese, da kommt nichts Gutes raus. Ah, das gute alte Corona-Bier. Hätte ich mal damals, bevor es mit Corona angefangen hat, hätte ich damals mal Aktien angelegt. Oh, da hätte ich heute 2 Cent mehr in der Tasche. Gut, gucken wir mal rein. Man muss ja auch nicht den Deckel aufmachen. Übers, ich dachte jetzt, ey, was ist jetzt los? Ich hatte gerade hier so, mein Internet wäre abgespackt. Ah, geil. Rufen Sie mal an. Hallo. Hallo. Hallo, du Zählokamapparat? Lucy, ich bin's. Ja, vor allem, wer kennt das nicht, ne? Eier einpflanzen. Wird das nie in asiatischem Raum gemacht, irgendwie für eine Woche, also in die Erde reingelegt und dann werden sie gegessen, so schimmelig. Wem schmeckt, also ich würde sowas nie essen, ne? Also, das ist ein bisschen eklig. Ich habe, was ich mal gegessen habe, das, ja, da lag ich glaube eine Woche dann zu Hause. Ähm, ich hatte mal Kochschinken und da habe ich vergessen, den Kochschinken, den habe ich, da habe ich in den Ding mal in die erste Scheibe genommen und habe den dann hier, ne, so liegen gelassen, so, aber nicht in den Kühlschrank gestellt, sondern nur, ne, oben so. Und das Galle war, nach einer Woche war der übelst eingetrocknet. Hat so geschmeckt wie Leder, ne? Frag mich bitte nicht, wieso ich weiß, wie Leder schmeckt. Ich esse halt gerne Leder, ist halt so. Oh, und habe mir so gedacht, ach ja, gut, ist ein bisschen eingetrocknet, schmeckt halt nicht mehr so lecker, aber der muss ja auch weg, ne? Und ich hatte noch nie so krasse Magenprobleme, ne? Und das ging fast eine ganze Woche, ne? Das war, das war die Hölle. Die Hölle war das. Aus nach Opa Wutzeiern. Die Kinder brauchen ewig, um die Eier zu finden. Ich habe sie nämlich sehr gut versteckt. Ja, die hat er dabei. Pepper hat ein Ei gefunden. Dieser Löffel hat auch ein Ei gefunden. Hurra, ein Ei für Milch. Hurra. Ich rieche Cola. Freddy Fuchs hat eine Nase. Es ist eins. Freddy Fuchs hat eine Nase, ach so. Oh, na nun, na, na. Ist das eine Kuckucksuhr? Ja, und sie macht Kuckuck. Ah! Polly Piedmatz fährt auch mit. Das ist so geil. Oma Wutz, hast du auch dein Handy dabei? Ja, Oma Wutz. Lass es nicht ins Wasser fallen. Nein, Oma Wutz. Doch, ich habe ein Wasser. Wasserdichtes Handy. Also kann ich das ja im Wasser fallen lassen. Also, na gut. Also, wasserdicht ist es nicht mehr. Vielleicht seht ihr das hier. Normalerweise müsste es so aussehen. Ja gut, das seht ihr jetzt nicht so richtig. Weil sich der Handykleber gelöst hat. Ne? Ne? Das ist halt das Problem, wenn man das Handy, naja, in die Sonne legt und dann einfach der Kleber dann irgendwie... Ich zeige euch mal was. Gut, aber wir sehen, wir könnten ja es am besten sehen. Warte mal. So, keine schmutzigen Programme sind hier, ähm, on the tech. Äh, warte. Seht ihr das hier unten? Ich hoffe, das seht ihr. Weil ich habe nur einen Bildschirm, sorry. Ähm, ich kann jetzt nicht gucken, ob ihr das seht. Ich habe, ähm, weil der Handykleber sich halt vor ein paar Wochen gelöst hat, weil, ne, ich habe mein Handy halt in der Sonne liegen gelassen und habe ich von der Arbeit, ähm, einfach Industriekleber genommen und seitdem habe ich dann hier unten am Bildschirm so einen schwarzen Fleck, ne, logischerweise, weil der Kleber halt nicht, äh, unsichtbar ist, ne, der ist halt sichtbar. Ist es denn auch an? Ja, Oma Wutz! Wiedersehen! Ui, Oma Wutz! Dreh am Steuer! Ei, ei, Käpt'n Pepper! Das Boot von Opa Wutz ist gegen eine kleine Insel gefahren. Das ist so wisch. Ohne seine Zeitung kann Papa Wutz seine Brille nicht lesen. Das ist ja zu fassen. Ich erkenne nichts. Ist hier nichts. Jemand muss meine Brille haben. Erinnerst du dich, wo sie zuletzt war, Papa Wutz? Wenn ich sie trage, ist sie immer in meiner Tasche. Aber da ist sie. Papa, können wir dir beim Helfen helfen? Gute Idee, Pepper. Wenn du sie findest, ist Papa bestimmt grantig. Ich bin. Fällt euch was auf? D-d-d-d-dimm! Guckt euch mal den Schatten vom Ball an. Habe ich einen Schatten? Ich habe einen Schatten, aber ich sehe den Schatten vom Ball nicht. Achso, lol. Richtig, es gibt kein Loch. Habe ich nicht. Na gut. Vielleicht treibt es Peppa mit Schorsch. Peppa, hast du Schorsch ge***t? Nicht in echt, Mama. Ich bringe ihm nur bei, wie man f***t. Ich bin das Schweinchen in der Mitte. Nun wirf mal den Ball zu Peppa. Und bleibt stecken. Wie wir einfach mitbekommen haben, hat meine Freundin seit kurzem ihren eigenen YouTube-Kanal. Könnte. Unbedingt mal vorbeigucken, ne? Luzifer. Ich muss wirklich sagen, dass ich schon mehr Inhalt als von den meisten Rappern heutzutage, ne? Das ist wirklich mehr Inhalt als von den meisten Rappern heutzutage. Also, das ist schon krass. Ich muss erstmal eh noch schaffen, ne? Also, ich denke mal, Peppa wird eine extrem gute Karriere als Rapper hinlegen, ne? Es wird bald, ne? Und die wird bald live auftreten, ne? In Comicform. Ja, war wieder ein sehr geiles Video. Guckt unbedingt das Original an. Guckt bei seiner Freundin rein. Luzifer. Also, wenn es so meine Freundin heißen würde, halt, tut da, witch, aber du überall mal ein bisschen... Wie heißt denn das? Ja, Weihwasser. äh, ne, hinschmeißen. Ne, Priester einladen und, äh, Kreuze und sowas, ne. Einfach nur Safety first, ne. Man weiß ja nie, was was noch so passiert. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv Dativ-Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Haut rein und tschüss.